Hallo. Hallo. Was geht? Ist es eigentlich richtig eingestellt? Ja. Okay. Hey Leute. Hey. Wir sind's wieder. Eure Anna und Kat. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nachmittagsjause mit Ann-Kat. Wir sind schon in Urlaubsstimmung, würde ich sagen. Ja. Und zwar wie, Leute. Ich hab echt. Wir sind urlaubsreif. Wir sind urlaubsreif, genau. Sagt man das so? Ja. Ey, die letzte Woche war so anstrengend. Also wir haben sie echt unterschätzt, dadurch, dass wir die ganze Zeit gereist sind und so weiter. Andererseits hat es schon Spaß gemacht, weil wir haben sie erlebt. Ja, schon anstrengend auf so einem Event. Ganz anstrengend. So Party machen und Freunde treffen. Nee, das ist eigentlich gar nicht anstrengend, nur halt meistens die Anreise, die Hinreise. Und eigentlich war Amsterdam nicht so stressig, weil da haben wir es gemerkt. Ja. Die Reise von Karlsruhe nach Berlin. Leute. Also erst mal, wir haben uns gedacht, also wir haben, wir sind ja nicht alleine gereist, sondern wir hatten noch Paddy. Also Paddy ist mit uns gereist, mit Malia. Mhm. Kat und Lorena, ich, Kaya und dann haben wir noch zwei Nannys. Davon, ja. Und zwar Mama und Tante Lolli. Ja. Genau. Also eine Riesenreisegruppe. Und wir dachten, ey, was ist das Entspannteste? Wie ist, wie, also wie reist man entspannt mit Kind, haben wir gedacht. Anscheinend dachten wir mit der Bahn, aber nein. Ja, alle haben gesagt, mit der Bahn, weil, ja, mit der Bahn, da steigst du ein, dann bist du halt sechs Stunden unterwegs. Genau. Und alles easy peasy entspannt. Nein, voll anstrengend. Ey, Leute. Leute, wenn ihr Kinder habt, nicht mit der Bahn fahren, bitte nicht. Ist wirklich so. Also vor allem dann halt nicht, also ihr seid fünf Stunden eingesperrt in einem engen Raum. Das heißt sechs Stunden Beschäftigung. Genau. Sechs Stunden, also ich meine, Kaya war jetzt easy, also ich habe jetzt hier eine große Fresse, weil Kaya hat die ganze Zeit geschlafen. Aber ein einjähriges Kind zu beschäftigen und ein zweijähriges Kind durchgehend zu beschäftigen. Ja. Ja, Glückwunsch. Und das Ding ist, ja, ich dachte mir auch voll gechillt, können da Malia und Lori da auf dem Boden krabbeln. Also erstens eigentlich auf diesem Boden wollt ihr kein Kind krabbeln lassen, der ist widerlich. Alter, ekelhaft. Und jedes Mal Leute vorbei und jedes Mal die Kinder vom Spielen wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück. Und es ruckelt. Und es ruckelt und es ist wackelig, also das ist schon stressig. Ja. Dann haben wir den Fehler gemacht, dass wir keine Sitzplatzreservierungen gemacht haben. Doch, wir hatten Sitzplätze. Ja, wir hatten Sitzplätze, aber nicht im Familienabteil. Aber wir dachten, wir gehen in den Familienabteil, weil da gibt es ja auch so einen… Da ist halt der Wickelplatz in der Nähe. Genau, also wir dachten, ja. Und als wir da angekommen sind, waren da jede mögliche Person außer Familien mit Kindern. Das ist, also ich finde, bei der Bahn, kann ich ja reden, bei der Bahn ist es ja so, es gibt ein Familienabteil und ein Kleinkindabteil. Das Kleinkindabteil braucht man eigentlich gar nicht mehr, also da braucht man gar nicht einfach reingucken und gucken, ob was frei ist, weil das ist definitiv reserviert. Ich glaube, es ist der beliebteste Platz im ganzen Zug. Wirklich, weil Familien, also wenn man Kinder dabei hat und für Familien, die wahrscheinlich öfter mit der Bahn fahren, die wissen schon ganz, also die wissen genau Bescheid. Du musst es auf jeden Fall vorher online buchen, weil sonst kriegst du diesen Abteil nicht. Nee. Und dieses Abteil ist richtig geil, weil da sind so sechs Plätze mit Tisch, alles voll entspannt. Ihr habt Platz, um euer Kinderwagen zu verstauen und dann noch so eine Spiele-Ecke, also richtig geil. Und ihr seid abgeschottet vom Rest. Und wenn ihr im Familienbereich seid, also Familienbereich ist einfach quasi ein extra Waggon für Familien. Meistens Waggon neun. Aber. Haben wir jetzt festgestellt. Ja, aber das Ding ist, bei diesem Familienwaggon, also ich finde es, ich bin so zwiegespalten mit, alle Kinder in einen Waggon zu stecken. Ich denke mir, also es ist zwar gut, dass es dieses Ding gibt, aber. Auch nicht. Irgendein Kind schreit immer, also man hat da einfach gar keinen Chill. Und bei fünf Stunden muss ein Kind ja irgendwann mal schlafen und wenn das andere Kind nebendran schreit, als wir die Welt untergehen, dann kann das andere Kind auch nicht einschlafen und dann schreit es mit sogar. Also. Also. Anstrengend. Also. Ihr könnt euch vorstellen, wie die sechs Stunden Fahrt für uns war. Vor allem online oder in der Story sieht es immer so gechillt aus. Ich bin dann immer meistens stumm. Ich schwere, man hört nix. Also auf einmal in Karlsruhe, bin ich auf einmal in Berlin. Genau. Und dann so zehn graue Haare später. Das ist so stressig, sechs Stunden lang. Also auf dem Hinweg ging es eigentlich noch mit, mit Padis Kind ging es noch. Da haben sie sich beide halt, haben sie beide gespielt und so weiter. Aber irgendwann, gegen Ende der Fahrt, waren auch irgendwann mal die Nerven raus. Blank, man sagt, die Nerven liegen blank, sagt man, glaube ich. Waren die Nerven raus. Und der Fehler, den wir halt auf dem Hinweg halt gemacht haben, war halt, dass wir keine Sitzplatzreservierung hatten. Beziehungsweise wir hatten eine, aber die war halt so am letzten Ende und nicht im Familienwaggon. Und genau. Aber wir waren nicht die einzigen ohne Sitzplatzreservierung. Im Familienbereich. Ich denke mir halt so, also da bin ich manchmal dann Allmann, weil ich mir denke, du bist hier an einem extra Abteil für Familien. Wenn du kein Kind hast, raus. Was machst du hier, wenn du kein Kind hast? Warum tust du dir das freiwillig an? Echt so, renn. Aber es gibt da so viele Leute, die setzen sich halt random auf Plätze, wo halt keine Reservierung steht. Verstehe ich ja auch. Man will ja auch nicht sechs Stunden stehen, verstehe ich. Man geht dann zum nächsten freien Platz. Aber wenn du keine Kinder hast, ich denke mir, bitte lass doch die Mütter sitzen. Lass doch die Leute vor, die halt ein Kind haben, weil obviously ist es ein Familienbereich. Und vor allem, wenn man dann fragt, so Entschuldigung, ist hier noch am Platz frei? Und man ist so mit seinem Kind so im Arm so. Ich bin stillend durch den Waggon gelaufen. Genau. Also es ist so, wir, also wirklich gefühlt fünf Stunden standen wir einfach nur mit den Kindern in den Arm. Ihr Assis. Da draußen. Das geht Appell an alle, die diese Sitzplätze blockieren. Ihr Assis. Unsere andere gehört übrigens Jannik dazu. Was ich übrigens auch nicht verstehen kann, ist mir jetzt gerade so random eingefallen, weil mir ist es besonders aufgefallen, als wir ständig da unten auf dem Boden gekrabbelt sind. Leute. Ich kriege da schon ein Herpes. Es gibt so viele Leute, die ziehen ihre scheiß Schuhe und Socken aus. Warum? Warum will man barfüßig in der Bahn sein? Verstehe ich nicht. Vor allem in der Bahn, Leute, der Boden ist so krank dreckig. Also vor allem, also ich habe mir das halt auch noch gedacht, weil so, wenn man von Karlsruhe nach Berlin fährt, hält man ja irgendwann bei Frankfurt der Hauptbahnhof an, ne? Mhm. Und jedes Mal kommen da die Leute reingerannt, die halt drogenabhängig sind und wollen halt Kleingeld und so weiter. Und die rennen da durch und tun dann halt Geldfragen. Also die und denen ihre Füße, oh Leute. Leute, da ist alles auf diesem Boden. Kacke, Urin, Heroin. Und ich glaube, da war auch, also in dem Abtei, wo wir waren, da war eine, ich weiß gar nicht, war das Frau oder Mann? Man weiß es nicht. Divers. Man weiß es nicht, Alter. Aber der oder die hatte Fingernägel. Boah. Ich habe es in meiner Story gepostet. Die Fingernägel waren heftig. Die hatten ein eigenes Leben. Das war, die waren länger als Bursch-Kalife, Alter. Das war, also das war so, die haben sich schon so gekräuselt. Das waren so Curly Fries. Ja, genau. I. I. Ey, das war. Und nicht nur die Hände. Ich habe nur die Hände gepostet auf Instagram. Auch die Füße waren so. Ja, genau. Und diese Füße haben den Boden berührt von der Bahn, wo Laurie gekrabbelt ist. Wo ihr Schnuller, also ihr überlegt euch, weil bei dem kleinen Kind, da fällt ihr ab und zu mal der Schnuller runter auf diesen dreckigen Boden und als Mutter, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie oft wascht man diesen Schnuller? Sehr selten. Man steckt ihn wieder rein. Man steckt ihn einfach straight wieder rein und er warf vorher auf diesem ekligen Boden. Genau, aber man muss sagen, also Bakterien sind auch gut für Babys, die kriegen dann dadurch ein gutes Immunsystem. Also, ja. Tipp an euch. So viel dazu. Also, Leute, die Fahrt war Horror. Und in den fünf Stunden mussten wir auch die Reise nach Jerusalem spielen, weil wir haben uns dann auf die ersten freien Plätze gesetzt, aber ab, keine Ahnung, Leipzig waren die dann doch reserviert und da mussten wir auf die nächsten Plätze und so weiter und so fort. Wir haben 50 Mal den Platz gewechselt. Ja, mit unseren ganzen Sachen, also mit den ganzen, mit der Wickeltasche, mit dem, alles, was wir schon ausgebreitet haben, mussten wir wieder einpacken. Also, es war anstrengend, Leute. Ja. Es war anstrengend. Und wir dachten schon, die Hinreise nach Berlin war anstrengend. Die Rückreise war noch anstrengender. Die war so anstrengend, dass Zuschauer oder Follower von uns uns am Bahnhof gesehen haben und haben gesagt, wir haben euch gesehen. Ihr seid sehr müde aus. Und ich so, ja. Ja. Wir waren auch müde. Ja. Ich weiß auch nicht, warum, aber wir dachten, wir sind jetzt schlau und reservieren den kleinen Kind ab Teil. Haben wir dann auch bekommen. War mega easy. Wir haben uns voll auf die Fahrt gefreut, weil wir gedacht haben, jetzt haben wir ein entspanntes Leben. Und dann hat sich Laurie dazu entschieden, einfach eine Stunde lang durchzuschreien. War ganz tolle Fahrt. War ganz tolle Fahrt. Eine Stunde, aber wie? Also, sie hat durchgeschrien des Todes. Also, die Leute haben sich... Ich habe gedacht, so, die vorbeilaufen vom Abteil, so, was machen die mit dem Kind? Vor allem, wir dachten in diesem kleinen Kindbereich, es kriegt bestimmt keiner mit da draußen. Ja, voll gut, dass wir im Kleinkindbereich sind, weil es kriegt keiner mit. Und dann standen wir mal draußen und haben eigentlich jedes Flüstern gehört. Ich dachte mir so, okay, alle in diesem Zugabteil wissen ganz genau, was da drin abging. Und ich bin dann so mit Laurie, wenn sie sich dann beruhigt hat, so rausgegangen, so, es ist nichts passiert. Alles gut. Alles gut. Welche Struggles, Ida? Genau. Haben wir auch mal darüber geredet. Aber generell Reisen mit Kindern, also, da kriegen wir ja voll viele Fragen von euch, wie wir das, also, wie wir das machen, wie wir das so handeln, das sieht so entspannt aus. Ob wir uns das überhaupt trauen. Also, ich muss sagen, also, wir haben jetzt gemerkt, Fliegen ist einfach für uns das Beste, was wir machen können. Ja. Und alle die draußen, die uns jetzt haten, Leute, fliegen. Also, mit Kind fliegen ist echt entspannt. Ist entspannt, weil das Ding ist, ihr geht hin, ihr checkt alles ein, ihr habt die Koffer erst mal los. Und ihr wisst, am Ende kommt die an und ihr habt die Koffer wieder. Erstens das. Ihr müsst euch nicht darum kümmern, dass die verstaut werden oder… Ihr habt einen festen Sitzplatz. Ihr habt einen festen Sitzplatz. Und, also, bei Lori, und ich glaube, bei allen Kindern ist es jetzt so… Also, bei uns, ja. Dieses Rauschen im Flugzeug, das ist für die wie so eine Droge. Die werden dann irgendwie so richtig high und pennen dann ein. Und schlafen den ganzen Flug. Und schlafen den ganzen Flug. Perfekt. Perfekt? Ja. Ey, also, wirklich, mit Lori hatte ich bisher nur entspannte Flugzeugerfahrungen. Ja, stimmt. Ja. Weil sie hat entweder geschrien. Sie hat entweder geschrien oder geschlafen. Eins von meinem. Ja. Sie hat entweder nur geschlafen oder sie war halt dann einfach wach, aber sie fand es auch toll. Ja. Also, ja, für uns ist es echt fliegen so das… Also, bisher hat es entspannt sie gewesen. Morgen, nee, übermorgen wird es spannend, weil fahren wir diesmal in den Urlaub. Das ist eine neue Erfahrung jetzt. New Experiences. Wir nehmen jede Herausforderung an. Ja. Sechs Stunden Fahrt. Und zwar fahren wir in den Urlaub in den Gara-See. Und wir dachten, wir sind jetzt… Also, immer wenn wir denken, wir sind schlau, ist es meistens die falsche Entscheidung. Aber wir fahren um zwei Uhr morgens los. Weil wir dachten, da schlafen die Kinder bestimmt durch. Ja. Und weil man auch denkt, das ist halt auch immer das Ding, nicht nur wir fahren um zwei Uhr morgens los, sondern wahrscheinlich jeder andere, Allmann Achim, weil die denken, dass da die Autobahn frei ist, dann kommt man nicht in den Stau. Und ich denke mir… Also, weißt du, das denkt ja jeder. Das heißt, alle sind in diesem Stau. Ich denke mir so, es bringt gar nichts, früher loszufahren, weil alle das Gleiche denken. Ja, das Ding ist halt, wenn wir um zwei Uhr morgens losfahren, also spätestens dann halt um sechs, sieben landen wir dann halt in irgendeinem Berufsverkehr. Ja, genau. Also… Ja, aber wahrscheinlich sind wir da schon… Fast da. Fast da. Hoffentlich. Wenn alles gut läuft. Ich meine, es ist sowieso… Also, ich finde es eh krass, also bis zur deutschen Grenze ist es mega geil. Du fährst durch, Autobahn, straight, richtig entspannt. Ab Österreich eigentlich wird es ein Gegurke. Ja. Da ist es halt auf einmal, also man hat keine geraden Straßen mehr, man fährt durch irgendwelche Käffer und dann, obwohl man nur noch 60 Kilometer vor sich hat, fährt man drei Stunden gefühlt auf diese Strecke. Ja, stimmt. Und ich, also, das Ding ist, vor allem diese Strecke von Pforzheim nach München, die ist so geil, die ist irgendwie durchgehend unbegrenzt. Ja. Da geht es 200 Kilometer einfach gerade aus. Da brauchen wir nicht denken, nichts. Und ab Österreich denkt man sich so… Haben wir eine Vignette? Das ist ja auch noch so das Ding. Der erste Stress so… Wir müssen schnell eine Vignette kommen. Alter, wir haben… Also einmal sind wir in Österreich reingefahren, da waren wir schon so 30 Kilometer in Österreich und wir hatten keine Vignette. Ja, aber man darf das, glaube ich. Die haben da so eine Toleranz. Ich glaube… Ab wann, also erst mal, wie viel kostet das Strafe zu zahlen? Ganz wichtig. Ist es mir das wert? Ähm, und… Also ich denke mir so fast 10 Euro. Ja. Aus anderen Ländern, die durch Deutschland fahren, die haben es so gut, denke ich mir voll oft. Die müssen nichts bezahlen. Es gibt keine Mautgebühren. Was? Doch. Es gibt Mautgebühren. Echt jetzt? Aber nur für LKW-Fahrer, glaube ich. Weil es gibt doch diese Kameras überall auf der Autobahn. Das ist, ähm… Echt? Ich dachte, wir sind bekannt dafür, dass jeder bei uns kostenlos fahren darf. Ich glaube, PKWs ja, aber LKWs müssen Maut bezahlen, meine ich jetzt. Also wir müssen eigentlich immer ein Disclaimer machen. Genau. Vor jeder Folge. Die Aussagen, die… Die Aussagen, die… Genau, keine Garantie dafür, ob es stimmt. Genau, kleiner Disclaimer. Nachher rennt ihr so draus und sagt, wusstet ihr das und das? Woher habt ihr das? Ja. Wir haben ja bei Uncut gehört. Ja, also bei uns, wir wissen selber nicht, ob es stimmt, aber Hauptsache haben wir auch erzählt. Das war übrigens früher bei uns so, alles, was du auf Galileo gesehen hast, hat gestimmt. Das war so, äh, das stimmt nicht, ich hab das und das bei Galileo gesehen. Mhm. Galileo war so eine richtige Quelle. Genau. So hab ich es bei Galileo gesehen. Und heutzutage ist es TikTok. Früher war es so, wenn du es auf Galileo gesehen hast, na dann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Aber die haben auf Galileo, ich glaub, da haben die auch voll viel… Voll viel Scheiße anscheinend gezeigt. Ja. Naja. Naja, wir wissen es nicht, weil ich hab alles geglaubt. Ja. Scheiß drauf. Heute ist ein großer Tag. Ja. Heute ist ein… Mama Geburtstag. Genau, heute hat unsere Mom Geburtstag. Alles, die wir zum Geburtstag, Mami. Ähm, sie ist heute 55 Jahre alt geworden. Krass. Das fand ich nämlich krass. Ich hab heute… Ich finde sie noch schon sehr jung. Ja, aber ich so, irgendwie hab ich Mama noch so richtig als, so 40-Jährige im Kopf. Ich finde generell, sie sieht, sie hat sich für mich jahrelang irgendwie nicht verändert. Ja. Bei Asiaten ist es meistens so, jahrelang denkt man, sie ist so, boah, die singen, gar nicht alt aus und auf einen Schlag sehen die alt aus. So, von heute auf morgen auf einmal graue Haare. Ist wirklich so. Weil bei Mama ist es wirklich so, also seitdem sie, ich würde sagen, so 35 oder 36 ist, so sieht sie aus heute. Ey, also ich finde immer noch, wenn ich… Ich hab tatsächlich mal so ein altes Passbild von ihr gesehen. Ich glaube, ich hab das hier irgendwo. Da sieht sie original aus wie heute und da war sie 22. Also generell damals sahen die… Genau, ich wollte gerade sagen, auch diese Kinderfotos mit ihr. Ich nehm mal so, das sieht genau gleich aus und da sieht sie aus wie ich. Also früher sahen die Leute viel älter aus als jetzt. Ja, also jetzt unsere Cousine, die wird 40 und die zum Beispiel sieht nicht aus wie diese typische 40-Jährige, die ich damals kannte. Ja. Also wie unsere Mom zum Beispiel. Damals mit 40 sah sie halt aus wie jetzt. Ich glaube, da spielt halt so Style eine Rolle. Also ich glaube, Style spielt wirklich eine große Rolle. weil ich hab damals, also ich war bei Julis Oma zum Essen und da hat sie so ihre alten Hochzeitsbilder gezeigt und so generell alte Bilder von sich. Und dann hat sie so ihr Hochzeitsbild gezeigt und dann hab ich sie gefragt, wie alt warst du da? Und dann meinte sie 17. Die sah aus wie 60. Die sah aus wie 50 gewesen. No front, aber… Gleicher Style. Aber wirklich, damals sah man einfach schon voll alt aus mit 17. Damals haben sich die Leute einfach älter gekleidet beziehungsweise die haben sich damals zu ihrer Zeit gekleidet, aber wir kennen das halt als… Also die haben halt ihren Style nie geändert. Ja, genau. Die sind bis heute immer noch gleich. Und auch die Haare sind gleich. Genau, und ich frag mich jetzt bei unserer… Man hat einfach noch ein paar Fällchen mehr bekommen. Und ich frag mich bei unserer Generation jetzt, wie werden wir später aussehen? Weil ich hab das Gefühl, bei uns ist der Style so wechselhaft. Also gestern tragen wir noch Oversize-Blazer, morgen tragen wir Lack und Leder so. Das geht so schnell. Also wir haben keinen bestimmten Style wie früher jetzt. Und man hat so 20 Jahre den gleichen Style getragen. Genau, aber die haben so ihre 10 Sachen und die haben sie dann quasi… Die tragen sie bis heute immer noch. Ja. Ich denke mir auch so, werden die nie dicker oder dünner? Ja, also die Trends wechseln heutzutage einfach viel schneller. Also die Fashion-Industrie ist halt voll schnelllebig. Ich frag mich dann, wie schnelllebig ist das richtige Wort, glaube ich. Ja, und dann frag ich mich, wie sehen wir dann aus, wenn wir älter sind? Wir kamen jetzt eigentlich auf das Thema. Genau, heute ist ein großer Tag. Also nicht nur Mamas Geburtstag, sondern ist es noch ein großer Tag für alle Shisha-Raucher da draußen. Oh mein Gott. Ja, Leute, wir haben uns eingedeckt mit Shisha-Tabak. Denn ab morgen, also für euch ist es letzte Woche, gibt es ein neues Shisha-Tabak-Gesetz. Und zwar darf man nur noch 25 Gramm Packungen verkaufen. Ja, wisst ihr, wie wenig 25 Gramm ist? Das sind zwei Köpfe. Laut dem Typ jetzt im Shisha-Laden. Aber Leute, das ist für uns ein Kopf. Echt so. Und jetzt ist es, also diese, früher gab es diese 200 Gramm Dosen-Tabak. Jetzt gibt es einfach nur noch diese halt 25 Gramm. Und das ist schon krass. Also schon ein krasser Unterschied. Und heute ist einfach der letzte Tag, wo die es noch offiziell verkaufen dürfen. Preislich auch ein Unterschied. Ja, mega. Also diese 25 Gramm kosten hochgerechnet 5 Euro. Und so eine 200 Gramm Dose kostet 16,95. Die 25 Gramm Packungen kosten 4 Euro glatt. Oder? Ich glaube, das ist auch nochmal herstellerabhängig. Ah, okay. Weil ich dachte, das ist irgendwie jetzt so ein einheitlicher Preis. Nee. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist viel teurer halt. Ja, also heute haben wir einen großen Einkauf gemacht. Weil wir haben glaube ich noch nie so viel Shisha-Tabak. So, also in der letzten Folge noch so, wir sind gar nicht süchtig. Wir sind gar nicht süchtig. Aber das war so funny, Leute, weil unser Lieblingstabak, also von Uncut kennt ihr nur, gibt es hier nur die wichtigsten News. Ja. Unser Lieblingstabak ist African Queen. Ja. Und Eisbomb. Ja, aber African Queen ist so das... Platz 1. Platz 1 und wir mischen das auch überall rein. Schmeckt irgendwie immer geil. So. Sind wir zum Shisha-Laden gegangen. Natürlich ist African Queen nicht nur bei uns beliebt, sondern auch bei den anderen. Der war nämlich weg. Ausverkauft. Ausverkauft. Und wir sind da durch den Laden gelaufen, haben dann nach anderen Tabaksorten geschaut, kennen uns natürlich nicht so aus, weil wir halt nur African Queen rauchen. Also wir waren richtig überfordert. Und dann fragt uns so der Shisha-Typ so, braucht ihr Hilfe? Und wir so, ja, bla bla bla, hat uns so ein paar, ähm, paar Tipps gegeben. Tipps gegeben, was er so mag. Das ist bei uns immer so kritisch. Ich finde, wir haben einen ganz anderen Geschmack als die... Aber ich glaube, wir haben einen Mainstream-Geschmack. Ja. Es gibt halt Leute, die rauchen halt so traditionelle Sachen, wie so Doppelapfel und so eine Scheiße. Ey, das ist so... Nee. Kann ich gar nicht. Weißt du, was noch ekelhafter ist? Und das kann ich gar nicht nachvollziehen. Fallem. Also... Alle, die Fallem rauchen, sorry. Was ist los bei euch? Das schmeckt so scheiße. Das schmeckt wie so ein Oma-Parfüm, das im Oma-WC steht. Alle fühlen sich jetzt angegriffen. Bestimmt so voll viele Fallem-Fans. Und ich hab Fallem schon mal als... Das ist ja ein Kaugummi in der Türkei. Ja. Hab ich schon mal gegessen, das schmeckt nach nichts. Das schmeckt nach Pappe. Oder hab ich einfach einen alten gegessen? Oder vielleicht schmeckt es nur Türken. Ich hab nicht die Geschmacksnerven dafür. Genau. Kennt ihr noch diese Fivegum-Zeit? Gibt's noch Fivegum? Gibt's noch Fivegum? Nee, es gibt keine Fivegum mehr. Ich hab die nirgendwo mehr gesehen. Ey, die waren früher so richtig Premium-Kaugummi. Ey, wirklich, wenn du Fivegums in der Schule hast, wenn du früher dabei hattest, warst du King. Ja, da war das so richtig... Boah, welches hat das so Wassermelone? Das war so richtig so... Hat die Fivegum... Bomse... Ja, das ist so richtig... Das hat fünf Euro gekostet oder sowas damals. Das war richtig teuer. Und voll krass, ich glaube, jeder hatte das mal in der Klasse. Es gab immer eine Person, die immer Kaugummis dabei hatte. Ja. Und bei uns war das der Rubin. So hieß der. Hi, Rubin. Liebe Grüße da draußen. Der hat irgendwann angefangen, Geld zu verlangen. Ey. Was soll der Scheiß? Ey, der hat irgendwann angefangen so, nee, 20 Cent. Und dann dachte man sich so... Ich meine, man kann es schon nachvollziehen. Ganz ehrlich, wenn du jedes Mal Kaugummis ausgibst... Vor allem, das ist echt schlimm. Das geht schon an einen Geldbeutel. Sobald du mit der Packung klimperst, gucken alle... Und auf einmal bist du beliebt. So machst du dich beliebt. Also Kaugummi dabei haben, dann bist du schon beliebt. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt so, ja, ich glaube, das war es. Wir hatten dann so zehn Packungen so auf dem Tisch. Ja, schade, dass es kein African Queen gab. Und auf einmal, der Chef von dem Tabakladen raucht so richtig seine E-Zigarette, wie so eine... So richtig genüsslich. Wie so eine Zigarre? Ja. Weil der African Queen. Und wir so, hast du noch? Ich habe hinten, aber ich kann euch nur eine Dose geben. Und wir dachten so, oh mein Gott. Hat er dir einfach versteckt. Und dann kam er mit dieser Packung und wir haben uns richtig bedankt dafür. Wie so Hunde. Wir waren so richtig so, Dankeschön, voll nett. Das war mir so richtig... Aber wir sind nicht süchtig oder so. Aber wir haben uns schon sehr gefreut, dass das African Queen noch kam. Wir waren so richtig... Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, der hat die ganze Zeit überlegt, sind das jetzt die Auserwählten, die die letzte Dose African Queen? Und Anna dann direkt so, ja, wenn du schon African Queen da hinten hast, hast du noch Eisbomb? Ja, hat der aber leider nicht. Naja. Ja. Aber das war auf jeden Fall funny. Und dann sind wir... Vor allem, ich war noch so dreist. Ich finde, bei Ausländern kann man das immer machen. Wir haben da so voll viele Dosen gehabt und ich war noch so dreist und habe gefragt, kriegen wir Mengenrabatt? Das war so ein richtiger Alman-Achim-Spruch. Ja, echt so. Gibt es noch Mengenrabatt? So hast du es gesagt. Ja, aber... Nee, gab es nicht. Sei dankbar, dass du... Sei mir froh, dass du was bekommst, ey. Ja. Aber was auch funny war, wir sind dann durchgelaufen, dann haben wir halt noch nach weiteren Tabaks gesucht. Und da gab es dann irgendwann, haben wir ganz hinten im letzten Eck, so Shisha-Tabak von 187 gesehen. Und da gab es Beach-Vibes, Mama Candy und wir so, oh mein Gott, da gibt es auch Juicy Pussy. Pussy. Juicy Pussy. Juicy Pussy. Und das haben wir so früher geraucht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es gut ist. Ich weiß es gar nicht, aber wir haben es ganz früher geraucht. Und der, also ihr müsst euch vorstellen, der Shisha-Tabakladen-Chef, das ist so ein alter Mann. Also man sieht ihm eigentlich gar nicht an, dass er einen Shisha-Tabakladen besitzt. Und der hört dann nur so, oh, Juicy Pussy. Ja. Und wir so, ist gut oder? Also ja, ist gut. Wir so, okay. Okay, Juicy Pussy. Leute, also diese Shisha-Namen, ne? Ja. Ich schwöre, wie kommt man auf diese Namen? Darf man anscheinend nicht mehr. Das hat mir Leo erzählt. Keine Ahnung. Ist wieder hier so eine Quelle, die so unsicher ist. Aber man darf Shisha-Tabak nicht mehr nach Früchten benennen. Also so zum Beispiel Blueberry Punch oder die müssen jetzt solche Namen haben, weil Früchte ja was Gesundes sind. Und das ist halt nicht so. Damit assoziiert wird. Genau. Mit was Gesund ist. So eine Scheiße, als ob. Also was ich meine, denke mir so, wenn man Shisha raucht, dann weiß ich so, ach. Aber wisst ihr, das ist voll nervig, weil man guckt sich dann einen Tabak an und wie juicy Pussy. Was soll ich mir dann noch da vorstellen, wie der Tabak schmeckt? Echt so? Was ist das für ein Geschmack da bitte? Ja. Alter Schäle. Also, ich kann mir gar nichts vorstellen. Nee. Das war unsere Shisha-Tabak-Erfahrung. Vor allem machen wir richtig Werbung für ungesundes Zeug. Also Leute, nochmal kurz hier, bitte raucht nicht, das ist schädlich für eure Gesundheit. Disclaimer. Wenn denn nur ein bisschen. In Maßen. In Maßen. Ja. Ja. Wir brauchen das für unsere Mental Health. Aber Ibe, wir können da halt richtig gut abschalten. Ja, aber wir sind trotzdem nicht süchtig. Nein. Einmal die Woche geht schon. Und, was halt auch richtig gut ist, ähm, also, durch Shisha-Rauchen kann man echt gut kacken. Ich würde es so abführen. So gerade abführen, das ist so geil. Das ist so, erst, so erster Zug, muss auf Toilette. Direkt auf Toilette. Ja. Also, ähm, Reise-Shisha nehmen wir mit, oder? Safe. Vor allem, man darf von oft in Hotels gar nicht rauchen. Also, ich meine, verstehe ich ja auch. Brandgefahr und so. Illegal, legal machen wir dann, Ja. Wir stellen uns dann meistens immer auf so einen Parkplatz. Wir sind gar nicht süchtig, oder so. Nee. Wir haben keine Reise-Shisha. Nee. Alles gut. Ähm, wir sind ja, letzte Woche sind wir ja eigentlich alles gefahren, von Auto, Boot, äh, Flugzeug, Bahn, alles. Nee. Mit dem Fahrrad noch nicht. Ah. Stimmt, früher sind wir auch immer in den Großstädten, haben wir immer diese E-Scooter genommen, Das war schon geil. Ja. Mit Kind wird schwierig. Mit Kind. Ich habe mir aber tatsächlich schon oft überlegt, einfach Lori in die Trage zu machen und los geht's. Ja, aber in Deutschland nicht erlaubt. Ja, aber ich verstehe das nicht, weil, also jetzt zum Beispiel, vor allem, ich verstehe das nicht, wenn ein Unfall passiert. Ähm, nee, aber zum Beispiel, also hier in Deutschland bin ich so richtig so, oh, Autositz muss auf jeden Fall und, ja, ähm, ja, anschnallen und keine Ahnung was, aber auf den Philippinen scheiße ich voll drauf. Hä? Auf den Philippinen ist es so, da gibt's kein Gesetz los. Da gibt's kein Gesetz dafür, deswegen, ähm, Lori fährt auf dem Schoß mit. Ja. Ähm, und auf den Philippinen habe ich schon die ganze Zeit auch gesagt, so, ich würde mich voll trauen, Lori einfach in die Trage zu machen und dann, ähm, mit dem Roller zu fahren. Vor allem, ich hab's jetzt einfach aus Gewissensgründen nicht gemacht, weil Leo nicht da war und gesagt hat, ich soll's nicht machen. Ja, ich verstehe es ja auch, also, ich meine, es gibt ja Gründe, warum es diese Gesetze gibt. Ja. Aber ich denke mir auch voll oft, so zum Beispiel, Fahrradfahrer, die haben ja auch diesen komischen Kindersitz hinten dran. Der bringt noch gar nichts. Also, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Also, also, man fährt ja nicht so schnell mit dem Fahrrad, außer du hast ein E-Bike. Ja. Obwohl, alle Fahrradfahrer, die rasen, ey. Ja, die denken, wir sind die König der Straßen, Alter. Ja, in Amsterdam, also Amsterdam ist ja eigentlich voll die krasse Fahrradstadt. Und die Schei, also, hier in Deutschland ist es wirklich so, Fußgänger haben Vorrang, dort Fahrradfahrer. Dort haben. Fahrradfahrer denken sich so, ihr läuft Abschaum. Ja, echt so. Ich überfahre euch jetzt. Ey, die halten einfach nicht an, man hat richtig Schiss vor denen. Ja, wenn du auf der Fahrradstraße läufst, geht gar nicht. Ja, nee, aber die fahren ja überall, also, egal ob Fahrradstraße oder nicht. Ja. Also, boah, kenne diese Fahrradfahrer, die so richtig auf ihr Recht bestehen, wenn, wenn man auf der Fahrradstraße läuft, jetzt auch in Deutschland, Alter, da halten die einen an und meckern einen so richtig an. Ja. Fahrradstraße. Ja, in Berlin, in Berlin ist es auch krass so. Ich denke mir so, okay, tschüss mal. Also, ich verstehe es schon, weil ich muss sagen, in Deutschland generell, also, gerade in vielen Städten, also, jetzt auch bei uns, Fahrradstraßen sind nicht so gut ausgebaut, weil voll oft sind Fahrradstraßen so, also, die fangen an und hören. Die fangen an und hören einfach random auf und man denkt sich als Fahrradfahrer, gut, wo jetzt? Stell dir vor, eine Autostraße hört einfach random auf und, ja, also, weiß ich, ich meine, das ist so, ja, aber theoretisch können Fahrradfahrer auf dem Gehweg fahren. Ja, ja, das denke ich mir auch als Autofahrer. Oder halt auf der Straße einfach. Ja, aber ich denke mir voll oft so, da ist ein Gehweg, fahr doch einfach einen Gehweg und nicht auf der Straße. Ja. Jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug steige, denke ich, also, es gibt ja voll oft diese, also, ich meine, klar, diese Anschnellregel, okay, verstehe ich, weil wenn es mal ruckelt oder sowas, dann ist man fest am Sitz. Aber Fensterblenden, warum muss man die runter machen? Warum? Damit man die Aussicht sieht oder so, wenn man, wenn man abstürzt. Ja, ich denke so, oder diese Tische, warum muss man die zuklappen? Ja gut, die verstehe ich, weil die können ja dann so, die können ja dann hochklappen und dann, und dann quetschen die irgendwelche Finger ein oder so. Weil wenn es zu arg ruckelt. Ja. Auch diese Armlehnen verstehe ich auch, die können auch irgendwie nach vorne fallen und auf einmal irgendjemandem wehtun. Aber die Fensterblenden verstehe ich nicht. Die Fensterblenden? Vor allem, wenn die zu sind, dann passiert gar nichts. Ja, weil oft ist es so, man will es halt zumachen und man denkt sich, wir hatten dieses Thema, glaube ich, schon mal, oder? Ich habe irgendwie gerade so ein Déjà-vu. Nee, wir hatten das noch nicht, aber, weil, guck mal, warte kurz, ich hatte einen Struggle, als ich im Flugzeug saß, ich hatte nämlich den Fensterplatz mit Kaya. Die Sonne, die hat richtig krass reingeschienen durch dieses Fenster, hat natürlich Kaya gestört, war viel zu heiß und hat sie geblendet. Ich mache diese Blende zu und die Stewardess kam sofort, bitte die Fensterblenden hoch und ich denke mir, ja, es blendet halt. Sorry, die sind dafür da, dass wir es halt, also um abzublenden und dann meinte sie so, ja, bitte nach der, erst nach der Land, nee, erst nach dem Start kann ich es runtermachen. Ich denke mir so, warum? Was ist denn der Sinn, wenn ich doch jetzt einfach die Fensterblenden zumachen will, weil es mich gerade jetzt stört, warum ist eine Luft dann in Ordnung? Warum? Ich finde generell vieles, was das Thema Fliegen betrifft, macht irgendwie gar keinen Sinn und zwar habe ich auch so ein Jojo-Kinderstuhl, von Baby Zen und der ist dafür, der ist so konzipiert, also der ist eigentlich bei allen Fluggesellschaften anerkannt und den kann man mit an Bord nehmen. Aber, es gibt ein Aber, man darf den nicht einfach so an Bord nehmen, sondern man muss ihn in eine Tasche packen. Verstehe ich nicht. Warum? Also man immer diese Tasche dabei hat. Ja, weil, also, voll dumm eigentlich, weil dieser Kinderwagen kommt tatsächlich mit einer Tasche und ich dachte mir, das war voll unnötig. Ähm, ja, jetzt habe ich den Sinn dazu erst verstanden und ich musste dann irgendwo eine Mülltüte besorgen, damit ich ihn mitnehmen kann. Komische Regelung. Ganz komische Regelung. Dann, ähm, diese, diese komische Gepäckregelung mit, man hat so eine bestimmte Klasse gebucht und man hat ein Drolli dabei, also man hat jetzt nur Handgepäck gebucht, ne? Man hat ein Drolli dabei und man hat eine kleine Umhängetasche dabei. Diese zählt auch schon als Handgepäck und man muss die in den kleinen Koffer reinmachen. Richtig umständlich, weil so dauert das Boarding vor lange, weil alle ihre kleinen Taschen reinmachen. Ja. Und alle müssen dann ihre Reisepässe wieder rausholen. Ja. Die, die vorher schon ihre Sachen reingemacht haben. Das verstehe ich gar nicht. So eine kleine Umhängetasche, das zählt doch gar nicht als Handgepäck. Was ich noch unsinniger finde, ist, wenn man etwas über Gepäck hat. Also ich kann es voll nachvollziehen, dass es da eine Regelung gibt, weil sonst würde ja jeder einfach, halt einfach zu viel Gepäck mitnehmen. Ich kann es schon nachvollziehen, warum es diese Regelung gibt. Das ist 23 Kilo oder 30 Kilo, wie auch immer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, die es statt 23 Kilo 25 Kilo hat, dann wollen die immer, ums Verrecken, können sie bitte zwei Kilo noch aus ihrem Koffer nehmen? Und ich denke mir so, ich verstehe schon, dass es die Regelung gibt, aber diese zwei Kilo, die kommen genauso in die Maschine. Genau. Diese zwei Kilo packe ich dann, habe ich, habe ich dann in meiner Handtasche drin. Ob die jetzt im Koffer sind oder in meiner Handtasche. Macht keinen Sinn. Beides geht ins Flugzeug. Also ja, macht keinen Sinn. Und wenn wir schon beim Thema Kilos sind, und oft ist es auch so, bei Fluggesellschaften, dass man, also man hat ja 23 Kilo bei den meisten. In der Regel. In der Regel. So. Und man selber denkt sich so, okay, 23 Kilo reichen mir nicht. Ich buche einfach ein zweites Gepäckstück dazu. Auch 23 Kilo. So habe ich dann in Summe 46 Kilo und kann damit halt mit meinem schweren 30 Kilo Koffer reisen. So. Aber nein. Falsch gedacht. Diese 23 Kilo ist pro Gepäckstück. Das heißt, man muss nicht noch einen zweiten, also man muss mit zwei Koffer reisen, um 30 Kilo eigentlich mit sich zu schleppen. Also macht gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Also ich sage euch mal, was noch keinen Sinn macht, mit unserer Mutter zu reisen. Ja, also mit der, ich dachte, ich habe schon eigentlich alles aufgegeben. Als wir geflogen sind, Leute. Also das ist so richtig Asiaten-Move. Wir sind ja nach Amsterdam geflogen und wir haben Verwandtschaft in Amsterdam. Deswegen, was nimmt man natürlich mit, wenn man Verwandtschaft trifft? Genau. Müll. Mit Bringsel. Mit Bringsel. Das heißt, also meine Mom hat schon alles Mögliche an Mit Bringsel in, also Kosmetikprodukte, hauptsächlich Kosmetikprodukte. Ganz wichtig und roter Lippenstift. Bei den Filipinas. Roter Lippenstift. Kein Nudefarbener. Wenn du Nudefarbener mitnimmst, der Dinken sich so, was soll ich wieder mit meinem Hautton? Nutzen Sie es als Make-up Concealer. Roter Lippenstift. Genau, ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall hat die Mama allen möglichen Kram in ihrem Koffer, in ihrem Handgepäckkoffer. Und wir haben sie 50 Mal gefragt, Ma, denk dran, Flüssigkeiten müssen in das eingecheckte Koffer rein. Also in diesen Koffer, den man eincheckt. Wir haben gesagt, ey, alles an Flüssigkeiten, bitte einchecken. Und sie so, ja, ja, hat noch ein bisschen. Alles klein. Leute, wir kommen im Stuttgarter Flughafen an. Wir sind bei der Security Check-in. Und was war natürlich, Mamas Koffer wurde rausgezogen, weil die Sneakige, die hat einen kompletten DM mitgenommen. Vor allem, vor allem, die sagen, die fragen ja am Anfang, haben sie noch Flüssigkeiten im Koffer? Und Mama, nee, nee, gar nichts. Natürlich wird ihr Koffer rausgezogen. Und dann, also, müssen wir überlegen, warte ganz kurz, zur Vorgeschichte, Mama, ist schon 10.000 Mal geflogen. Ja, also, die kennt ganz genau die Regeln. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat. Ich muss verstehen, dass sie ihr erstes Mal ist. Ja, und dann, richtig unangenehm, ihr Koffer wird rausgezogen und diese, ähm, Flughafenmitarbeiterin, ich schwöre, die zieht einfach einen riesen Sack voll mit Kosmetikprodukten aus ihrem Koffer raus. Nagellacke, Lipgloss. Lipgloss. Und sie meinte, oh, das sind Flüssigkeiten. Ich denke so, Ma, dein Ernst eigentlich. So, vor allem, das finde ich immer so witzig, Mama ist nämlich richtig awkward bei, ähm, so Flughafen mittlerweile, weil erstmal ist sie voll nervös und dann fragen die ja meistens auch so, ähm, German or English und sie, äh, nee, sie macht, sie macht einfach nur, äh, yes. Und dann sprechen die natürlich Englisch mit ihr und ich denke mir so, Ma, du kannst Deutsch reden, wir sind immer noch in Deutschland. Ich denke so, vor allem, dann redet die Frau Englisch mit ihr und Mama antwortet auf Deutsch und die denkt sie auch so. Voll verwirrend. Ja, auf jeden Fall war es mega unangenehm. Ich bin natürlich, ähm, eingesch, also was, was heißt eingeschritten, aber ich bin natürlich dazugekommen und, ähm, hab sie gerettet aus ihrer Lage. Ich muss auch dazu sagen, die Flughafenmitarbeiter in Stuttgart waren richtig, richtig nett. Die haben sich sehr bemüht, dass Mama ihre 50 Kilo Flüssigkeit mitnehmen konnte, weil ich hab, also wir hatten alle zum Glück keine Flüssigkeiten dabei und, äh, in der Regel darf man ja pro Person ein Liter in maximal 100 Milliliter Behältern Flüssigkeit mitnehmen. Auch komische Regelung, aber gut. Ja. Ähm, und, genau, wir hatten alle keine Flüssigkeiten, das heißt, wir haben, wir konnten es dann aufteilen auf die Person. Ihr Gesicht auch dabei, ne? Als sie da saß und sie gesagt hat, oh, sie können das leider nicht alles mitnehmen, da gibt's eine begrenzte Anzahl, es muss alles in diese Tüte reinpassen. Und Mama hat schon so Schiss gehabt, dass sie alles wegschmeißen musste, weil ihr Make-up musste sie nämlich schon wegschmeißen. Ja. Weil es irgendwie über, über der Regelung ist. Mama verzichtet lieber auf ihre eigenen Sachen. Also wirklich, sie hätte ihren ganzen Kosmetikbeutel weggeschmissen, nur damit sie die Mitbringsel mitnehmen kann. Ja. Und ihr wisst, wie wichtig es ist, Mama, für Mama sich zu schminken. Die steht schon, also das frage ich mich eh, also wenn man mit Mama verreist, die steht um 5 Uhr morgens auf und schminkt sich. Und ich sag jedes Mal zu unserer Mama, wen triffst du hier? Also für wen triffst du vor? Echt so? Die so ja für ihre Facebook-Community. Ja. Ihre große Facebook-Community. Aber voll krass, diese Effort um 5 Uhr morgens aufzustehen, sich zu schminken. Krass, nicht mal wir machen das. Nee. Und wir haben wirklich eine Community, für die wir uns schminken könnten. Aber ich bin voll oft einfach, ey, manchmal, und ich gucke mich, und manchmal erschrecke ich mich im Spiegel, weil ich mir denke, Alter, ich habe mich so die ganze Zeit in meiner Story gezeigt, ich sehe richtig fertig aus. Ja. Ich auch. Oder ich gehe raus und denke mir so, boah, ich sehe aus wie der Tod. Ja, echt so. Augenringe des Todes. Ey. Ich habe so Tomatenfleck auf meiner Bluse, habe ich nämlich auch gerade. Ja. Aber scheiß drauf. Mom live. Ich denke mir so, für wen, ganz ehrlich? Ja, für deine Community, hallo? Für eine Million Menschen da draußen. Ja, aber die sehen mich doch schon und so. Also ist egal. Ja, es stimmt auch wieder. Das war's. Tschüss. Das war's aus unserem Leben. Wir berichten dann, wie unser Urlaub war, weil der nächste Podcast wird nach unserem Urlaub sein. Genau. Also an alle da draußen, die auch in den Urlaub fahren, wir wünschen euch schönen Urlaub. Genießt die Zeit und erholt euch. Wir versuchen es auch, oder? Uns zu erholen. Ja. Warum kam das Oder? Weiß ich nicht. Nachher machen wir irgendwas arbeitsmäßiges. Nee, doch. Wir versuchen schon zu chillen. Ich meine chillen, also wir werden immer noch jeden Tag Storys machen. Ja, echt so. Aber ja, wir werden auf jeden Fall versuchen, einen Gang runterzuschalten. Das ist auch ein großer Familienurlaub tatsächlich, weil es kommen, also nicht nur wir gehen zusammen in den Urlaub, sondern Mama ist dabei und Julis Eltern sind dabei. Unsere Großcousine ist dabei und Julis Eltern, die Eltern sind dabei. Ja, also wirklich ein Riesenurlaub. Aber wir sind eigentlich nur mit alten Leuten unterwegs. Echt so? Ich dachte, was haben wir uns dabei gedacht? Aber gut. Ich meine, man kann ja trotzdem selber gehen. Wir sind so ein Rennertrip. Echt so. Aber das Gute ist, aber mit Großeltern unterwegs ist, man hat immer einen Babysitter. Ja. Sehr gut. Immer eine gute Entscheidung. Okay, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast. Ja. Ja, folgt diesem Podcast. Und ansonsten … Ciao. Tschüss. Kakao.